Eins, Zwei, Drei! Albert kommt herbei! Heute geht die Show um Pflanzen. Hier sind drei Pflanzen. Und was soll ich heute mit den Pflanzen tun? Du sollst sie bewerten. Aha! Und wie halten die Pflanzen? Also, das hier ist eine Grünlinie, wo du gerade davor spielst. Danach kommt eine Phytonie. Und zuletzt kommt die unbekannte Mini-Pflanze. Aha! Die ist wirklich klein. Wir wissen eigentlich den Namen nicht von dieser Pflanze. Okay. Ist die gefährlich? Nein! Aha! Hm. Und was soll ich jetzt tun? Du sollst gucken, welche der Pflanzen am besten ist. Hm, hm, hm. Also, dritter Platz geht an die unbekannte Mini-Pflanze. Zweiter Platz an die Grünlinie. Erster Platz an die Phytonia. Und das war's mit der Albert Show. Tschüss!